Weil das Ding ist, wenn man das immer wieder rausschiebt und sich nicht mit dem Ernährungsthema beschäftigt, dann wird man früher oder später scheitern. Weil unser Körper hat gewisse Limitationen und wenn wir ihn tagtäglich belasten mit den falschen Nahrungsmitteln, die uns Energien ziehen oder der Körper unnötig viel arbeiten muss, die uns wirklich immer wieder zurückziehen wie ein Gummiband. Oder aber auch, wenn wir Nährstoffmenge haben, da fehlt irgendwas, da ist nicht alles optimal abgedeckt, dann werden wir ein sehr schwieriges Leben haben ab einem gewissen Punkt. Und häufig ist es so, dass viele Menschen in Altersheimen landen oder auch gesundheitliche Beschwerden dann im Alter entwickeln, weil sie die Ernährung in den Vorjahren einfach nicht so bereit waren anzupassen. Und das ist eben fatal. Weil man will ja nicht die letzten 15, 20, 30 Jahre bei manchen Menschen in so einem Zustand sein, wo man in keiner guten Verfassung ist und dann von einem Arzt zum anderen rennt. Und man möchte wirklich präventiv durch die Ernährung einen Einfluss nehmen, aktiv auf unsere Gesundheit. Hi Leute, Robin hier. Ich bin immer regelmäßig mit sehr vielen Menschen im Austausch. Und leider bekomme ich extrem häufig mit, dass vielen Leuten die Struktur bei ihrer Ernährung fehlt. Also sie gehen irgendwie den Tag einfach so rein, sie starten los, sie essen, was halt kommt und machen sich wirklich nicht wirklich Gedanken, was am nächsten Tag ansteht. Und auf der anderen Seite wundern sie sich aber, warum sie nicht ihre Fitnessziele erreichen und warum Chaos in ihrem Leben herrscht. Und genau deshalb möchte ich hier in diesem Video darauf eingehen, auf das Thema Struktur bei der Ernährung. Weil ich so häufig erlebt habe, dass viele Menschen sich dadurch selbst stark limitieren, was ihre Potenzialentfaltung anbelangt und dass sie sich dadurch immer wieder selbst in gewisser Weise sabotieren, dass sie wirklich ihre Ziele erreichen, gerade gesundheitlich, Fitness, um da wirklich voranzukommen, limitieren sie sich. Und genau deshalb habe ich mich entschieden, jetzt hierzu das Video zu machen und euch hier wertvolle Impulse auch mitzugeben. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Und lass gerne auch mal gleich ein Like da. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das unterstützt den YouTube-Algorithmus, dass es mehr Menschen hier auch erreicht. Nimm dir kurz die paar Sekunden, das unterstützt mich. Und ja, also bei mir sieht das Ganze so aus, dass ich mich schon seit über zehn Jahren sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe. Und ich habe immer wieder schon von Anfang an sehr schnell wahrgenommen, dass unsere Ernährung einen fundamental großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, auf unsere Verdauung hat, auf unser Energielevel, auf das Thema, wie gut unser Immunsystem aufgestellt ist, wie wir sportliche Leistungsfähigkeit abrufen können und insgesamt, wie fit und leistungsfähig wir uns insgesamt fühlen können. Also unsere Ernährung, das, was wir tagtäglich hier rein tun, die Lebensmittel, haben einen entscheidend großen Einfluss, welche Energie wir auch wieder im Außen auch produzieren können. Also das ist erstmal wichtig. Da gehe ich auch in vielen anderen Videos drauf ein. Da habe ich etliche Videos, wo es um das Thema Ernährung tiefer auch geht. Also der Zusammenhang zwischen Ernährung und unserem Gesundheitszustand und auch zwischen der Langlebigkeit ist nicht wegzudenken. Also der ist direkt da. Und auch wenn man das bei anderen Tieren sieht beispielsweise, ist dem Mensch klar, dass man auf die Ernährung achten sollte. Wenn man beispielsweise Pferde hat, wo man ganz genau weiß, wie man sie füttern soll, oder Kühe, Schafe oder auch die Haustiere, wobei da auch häufig Fehler gemacht werden und die Tiere degenerieren als die Haustiere, Katzen und Hunde. Aber man weiß auf jeden Fall, wie entscheidend der Einfluss ist bei der Ernährung. Aber leider sind viele Menschen sich selbst nicht bewusst, wie vor allem der Einfluss auf sich selbst der Ernährung ist. Und deshalb sind sie da häufig da so drin, sind gar nicht so in diesem starken Problembewusstsein. Manchmal wissen sie es auch, dass sie da Probleme haben, aber häufig ist dann der Alltag wieder da, die Gewohnheiten, die Konditionierung, der Stress, der dann dazu führt, dass sie dann nicht wirklich was verändern wollen. Und das erlebe ich halt sehr häufig. Also ich habe permanent so viel Austausch mit allen möglichen Personengruppen und ich erlebe extrem, extrem häufig, dass die Menschen da wirklich keinerlei Struktur haben. Also sie wissen nicht wirklich, worauf es ankommt bei der Ernährung und starten einfach irgendwie so rein, essen halt so, wie es kommt. Und dass da wirklich so ein Ernährungsproblem vorherrscht. Und auf der anderen Seite kenne ich halt da Leute, die es genau wissen. Sie sagen mir ganz bewusst, hey Robin, ich habe da ein Ernährungsproblem, helfen wir da mal. Und dann gebe ich ihnen entsprechend da auch Dinge mit. Aber häufig ist es dann so, davor, als ich ihnen noch nichts mitgegeben habe, dass sie zwar wussten, dass sie dieses Ernährungsprobleme hatten, aber sie wussten dann nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil es wie so ein Wirrwarr ist, so ein Dschungel von Informationen, gerade rund ums Thema Ernährung. Der eine Experte sagt das eine, der eine Experte sagt wieder was anderes. Und die meisten Menschen verlieren sich so in diesem Dschungel oder wissen sich nicht richtig, da zurechtzufinden und worauf es ankommt, worauf man da achten muss. Und deshalb scheitert es da häufig an der Umsetzung, weil sie dann sich so befordert fühlen, weil sie nicht wissen, wo sie hinten und vorne anfangen sollen und deshalb gar nicht wirklich da in die Umsetzung strukturiert auch kommen. Und ich persönlich habe wahrgenommen, genau da bei der Ernährung, wie elementar wichtig es ist, wirklich da eine Struktur reinzubringen. Weil es ist wie in allen unserer Lebensbereichen. Wenn wir wirklich erfolgreich sein möchten, dann wollen wir eben die Dinge, die uns wirklich voranbringen, die Routinen, die Gewohnheiten, die uns auch diesen Erfolg verschaffen, auch machen. Und damit es gelingt, dass wir das wirklich konsequent machen können, brauchen wir einmal gewisse Strukturen, gewisse Systeme, gewisse neue Routinen, Gewohnheiten. Und wenn wir das haben und das sich einmal einspielt, dann wird es uns viel leichter fallen, da dran zu bleiben, weil wir einmal wissen, was brauchen wir, in welchen Mengen. Also wir haben die Informationen, die genau wissen, was für uns persönlich gut ist und auch natürlich dann wann, wie wir das aufteilen und so weiter. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wir erleichtern uns sogar das Leben, weil wir genau wissen, was tut uns gut und in welchen Mengen und können sogar auch Zeit dann dadurch sparen. Weil es gibt zum Beispiel Leute, die sagen auf der einen Seite, ja gesunde Ernährung, das wäre doch viel zu zeitaufwendig. Ich will mich da nicht so einen Kopf drüber machen, ich will einfach so essen, wie es kommt. Aber häufig ist es dann, dass die Leute mehr Zeit fürs Essen brauchen oder wo sich mehrfach im Kopf das ums Thema Essen dreht, als jemand, der wirklich klare Strukturen, klare Systeme hat. Weil wenn man klare Strukturen hat, weiß man genau, was isst man, was steht an, was tut einem persönlich gut, was lässt einen nicht absacken von Energie, sondern was hebt einen hoch. Das heißt, man hat mehr Energie und eben zufolge auch wieder mehr Zeit zu verfügen, weil man produktiver ist. Man kann die Zeit besser wirklich auch nutzen, wenn man besser in Energie ist. Und diese Ernährung hat ja diesen krassen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und wenn wir da wirklich Fortschritte sehen wollen, vorankommen wollen und da wirklich gesundheitlich und fitnesstechnisch erfolgreich sein wollen, dann kommen wir nicht drumherum, dann müssen wir uns mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Also da führt kein Umweg drumherum vorbei. Also wenn wir wirklich Sportler sind, wir trainieren schon gut, wir regenerieren, schlafen gut, aber da stimmt was von der Ernährung nicht, dann kommen wir nur an ein begrenztes Level. Und deshalb ist es besonders wichtig, wenn wir da vor allem die weitere führenden Fortschritte haben wollen, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Weil jemand, der die klare Struktur hat, weiß genau, was dran ist, der spart Zeit im Alltag. Und ich habe wahrgenommen, gerade Leute, die keinerlei Struktur, keinerlei Plan haben, da dreht sich extrem häufig das eben im Kopf um alle möglichen Dinge rund ums Thema Ernährung. Was esse ich zum Mittagessen? Was esse ich dann zum Abendessen? Was mache ich, wenn ich da und da hingehe? Was könnte man noch kochen und so? Und es schwankt dann auch immer, es wechselt dann immer. Man nimmt sich irgendwas vor zum Abendessen und dann, oh, ich esse doch doch wieder was anderes oder ich esse doch wie eine scharfe Tafel Schokolade. Oh, ich esse doch Chips oder so. Und es ist halt gar nicht so eine wirkliche Planbarkeit mit dabei. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass du da die Struktur reinbringst, gewisse Systeme schaffst. Weil ich kann dir versichern, wenn du das einmal aufgesetzt hast, wenn du wirklich kontinuierlich da dran warst, auch so ein klares System auch entworfen hat, was für dich funktioniert, eine Ernährungsform, wo du dich dabei unterstützt, möglichst viel aus deinem Alltag rauszuholen, dann, wenn du da länger dran bleibst, dann wird es dir immer leichter und leichter fallen. Du wirst Zeit sparen im Alltag und du wirst natürlich auch effizient deine Fitnessziele und gesundheitlichen Ziele erreichen. Also das, da kann ich dich nur motivieren, dich intensiver mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, weil dein Körper, deine Lebensfreude wird es dir an dieser Stelle sehr danken. Weil das Ding ist, wenn man das immer wieder rausschiebt und sich nicht mit dem Ernährungsthema beschäftigt, dann wird man früher oder später scheitern. Weil unser Körper hat gewisse Limitationen und wenn wir ihn tagtäglich belasten mit den falschen Nahrungsmitteln, die uns Energien ziehen, wo der Körper unnötig viel arbeiten muss, die uns wirklich immer wieder zurückziehen wie ein Gummiband. Oder aber auch, wenn wir Nährstoffmenge haben, da fehlt irgendwas, da ist nicht alles optimal abgedeckt, dann werden wir ein sehr schwieriges Leben haben ab einem gewissen Punkt. Und häufig ist es so, dass viele Menschen in Altersheimen landen oder auch gesundheitliche Beschwerden dann im Alter entwickeln, weil sie die Ernährung in den Vorjahren einfach nicht so bereit waren anzupassen und das ist eben fatal. Weil man will ja nicht die letzten 15, 20 Jahre, 30 Jahre bei manchen Menschen in so einem Zustand sein, wo man in keiner guten Verfassung ist und dann von einem Arzt zum anderen rennt. Man möchte wirklich präventiv durch die Ernährung einen Einfluss nehmen, aktiv auf unsere Gesundheit. Und das ist doch so schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Wir können das steuern. Wir müssen nur darauf achten, was wir hineingeben. Welche Lebensmittel kommen da rein? Welche lassen wir raus? Es geht darum, gute Sachen zuzuführen, abträgliche Faktoren zu vermeiden. Das brauchen wir, damit wir da Fortschritte sehen. Und ja, also schieb es nicht auf, setz dich mit dem Thema auseinander und ich kann dir auch garantieren, dass es gar nicht so kompliziert ist. Bei meinen ganzen Empfehlungen ist es so, wenn ich jetzt mit meinen Kunden zusammenarbeite, gebe ich ihnen möglichst einfache Empfehlungen mit, die sie in der Anwendung bestärken. Es geht nicht darum, möglichst viel Wissen zu vermitteln. Klar, ich habe das ganze Hintergrundwissen und kann dann die Theoriewissen liefern. Aber mir ist persönlich einfach das Thema Praxis am wichtigsten. Wirklich, was ist relevant, was sind die nächsten zwei, drei Action-Steps, die jetzt wichtig sind und möglichst einfach runtergebrochen. Und dann ist es wirklich so, es ist wie eine Sache, wie so ein Skill, den du lernst. Wenn du einmal integriert hast, wenn du einmal richtig gemeistert hast mit der Ernährung, dann wird das Spiel gleich dir gelingen. Aber da gilt es halt mal, diesen Skill auch aufzubauen, da die Energie reinzustecken, damit du das meisterst und dann entsprechend das wieder zurückbekommst. Und alle Leute, die so richtig erfolgreich sind, was ich so wahrgenommen habe, die so richtig on top sind, die beschäftigen sich auf irgendeine Art und Weise mit Ernährung. Also ich war auf unterschiedlichsten Business-Seminaren, auf allen möglichen Weiterbildern, habe immer die Leute auch analysiert, auch die Leute, die jetzt nicht so offensichtlich sagen, sie ernähren sich top gesund, habe dann immer wieder gesehen, dass die gewisse Regeln beachten bei der Ernährung. Und das habe ich immer wieder wahrgenommen, dass man zwar alt werden kann, wenn man zum Beispiel gewisse schlechte Andergewohnheiten hat, wie zum Beispiel ein Raucher kann 100 Jahre alt werden, theoretisch, wenn man eine gute Genetik hat, aber ein Fresser kann keine 100 Jahre alt werden. Ist tatsächlich wirklich so, weil die Nahrung nochmal einen mehr belastet. Es sind ja so viele verschiedene Verdauungsorgane involviert und wenn wir den tagtäglich überfordern, dann ist es eben sehr, sehr problematisch. Das heißt, ja, elementar wichtig, geh da rein in dieses Thema und hol da alles für dich raus, damit du auch diese strahlende Gesundheit erfährst, damit du richtig dieses Leben, das so wertvoll ist, durch die Ernährung nochmal auf ein neues Level bringst und einfach noch schöner erfahren kannst, weil dein Körper in einer besseren gesundheitlichen Verfassung ist. Und wenn du da bisher immer Schwierigkeiten mit hattest, rund ums Thema Ernährung, also du merkst offensichtlich, irgendwas stimmt da nicht, du hast da ein Ernährungsproblem, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich für ein kostenfreies Erstgespräch einzutragen. Den Link findest du drunter in der Beschreibung. Da nehme ich mir die Zeit für dich, eine halbe Stunde blogge ich mir da sehr gerne und da schauen wir uns deine aktuelle Situation mal ein bisschen genauer an. Ich fühle mich da bestmöglich hinein und wir schaffen gemeinsam Klarheit, wie kommst du jetzt bestmöglich voran mit deiner Fitness, mit deiner Gesundheit, mit deiner Ernährungsstruktur, damit es da wirklich auf ein neues Level geht, damit du da mit deiner Leistungsfähigkeit, mit deiner Energie optimal im Alltag profitieren kannst. Und gemeinsam können wir da noch schauen, was sind die nächsten Schritte. Ich gebe dir da konstruktive Impulse mit, die dich sicherlich auf jeden Fall voranbringen werden und natürlich besteht dann auch noch die Möglichkeit, mit mir über die Zusammenarbeit zu sprechen, wenn du daran interessiert bist, dann noch längerfristig mit mir zusammenzuarbeiten und das wirklich strukturiert mit Plan anzugehen, damit du wirklich auch diese nachhaltigen Ergebnisse bekommst. Deshalb trag dich gerne ein, freue mich, wenn ich dir helfen kann. Der Link ist drunter in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat und du hier bis zum Ende mit dabei warst, dann lass mir doch gerne noch ein Abo da, Glocke aktivieren, um weiter in solchen Content zu unterstützen. Das freut mich auf jeden Fall immer. Und wenn du auch irgendwelche Fragen noch hast, irgendwelche Videothemen, Vorschläge noch und Inspirationen, dann alles gerne drunter in die Kommentare auch, alles reinschreiben. Ich freue mich immer, wenn da so ein reger Austausch entsteht. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen phänomenalen Tag, wo auch immer du bist und bis bald. Bis zum nächsten Mal.